und damit hallo und willkommen zurück zum vorletzten spiel im themenblock vietnam links zu dem ganzen themenblock findet ihr in der video beschreibung diesmal geht es um das spiel zielteam und es ist ein teamspiel darum mache ich das ja nicht alleine sondern im team mit als kriegsdienst verweigerer genau das richtige spiel für mich oder damals bin ich doch mit den mit dem demonstrationen mitgegangen ganz vorne hoho ho chi min habe ich gerufen und jetzt schleppst du mich in den dschungel von vietnam na super ok du hast also in den usa demonstriert gab es hier auch demonstrationen garantiert da war ich noch zu jung also vietnam habe ich ja wirklich noch aus dem fernsehen mitgekriegt danach also so wann wann hat der krieg aufgehört 69 oder wann war das nein also der das ist ja sowieso schaut euch den den blog dazu an da erkläre ich das ganz genau der vietnam krieg hat ja nicht angefangen wo das spiel startet sondern schon schon früher nach dem zweiten weltkrieg im prinzip vietnam wurde die ganze zeit immer besetzt von frankreich dann von den japanern dann wieder von frankreich dann von russland china versuchten einfluss zu nehmen und so weiter das heißt es hat ganz hat schon ganz früh begonnen man kann im prinzip sagen wenn man sich um den wirklichen konflikt den militärischen konflikt der usa in dem die usa und auch die ostblock mächte also sozusagen dem höhepunkt des zwei des des kalten kriegs oder wo sich der kalte krieg richtig zuspitzt sprechen möchte dann wäre das von 65 75 etwa wobei 75 dann die usa natürlich aus dem krieg schon raus waren und sich nur noch nord und süd wird nur noch also in anführungsstrichen nur noch nord und süd vietnam bekriegt haben und es sozusagen das ausrollen des konfliktes nur noch war die die letzten wellen die dann da hochgeschlagen sind und da war ich zu jung also da war ich ja fünf und deshalb kenne ich das tatsächlich auch nur aus den geschichtsbüchern und nicht live dabei gewesen wissend live dabei ja wobei also die diese demonstrationen waren in den usa natürlich sehr stark getrieben sehr stark von den rassenunruhen auch getrieben die zu der zeit dort waren und von den natürlich von der ungleichen behandlung der unterschiedlichen sagt man noch rassen ethnitäten der der menschen die in den usa wohnen und das ist so ein bisschen übergeschwappt sozusagen habe ich zumindest das gefühl bei dem was ich gelesen habe auch auf die vielen studenten und so weiter und die haben das dann an den soldaten ausgelassen die sowieso die arschkarte hatten im prinzip waren die wahrscheinlich eh nicht freiwillig in vietnam die wurden durch diese lotterie eingezogen und hatten halt pech gehabt und werden dann hinterher noch bespuckt beschimpft und mit kot beworfen und so und ich ja weiß ich nicht ich meine da kann man eine meinung haben welche man will aber ich finde solche sachen wie ich glaube jane von da war sie sich dann ja irgendwie nordvietnam in so ein flaggeschütz gesetzt hat und da hat abbilden lassen ich kann das kann das nicht so richtig nachvollziehen ja der konflikt war unnötig wie die meisten konflikte und der war auch unge schlecht geplant schlecht gemanagt es war alles schlecht an diesem konflikt er konnte nur in die hose gehen vielleicht kennt man ja sowas aus den letzten zehn jahren oder so oder 15 20 jahren konflikte die sehr asymmetrisch waren und in die hose gegangen sind und man hat halt nicht daraus gelernt aber zumindest sind die soldaten die dort gelitten haben nicht mit kot beworfen worden beim zurückkommen das ist ja auch schon mal was ja also an sich eine sehr sehr traurige situation sehr trauriger konflikt von dem man hätte glaube ich viel lernen können aber ich meine das sind ja dann auch bis ja sagen wir mal 2002 oder so das ist ja von 75 bis 2002 das ist ja so eine lange zeit alexander da vergisst man ja mehr und von daher muss man das alles immer wieder neu lernen so wer jetzt aber davon noch mehr hören will ich pack die links zu dem themenblock in die beschreibung da erkläre ich mehr interessant ist ja jetzt an der ganzen geschichte es ist ein amerikanisches spiel und da bin ich mal gespannt was du nachher erzählen wir es wie das spiel mit der ganzen thematik umgehen wird da bin ich wirklich gespannt wie ein flitzebogen aber noch nicht spoilern machen wir dann an der stelle wo es kommt das verteilt sich über ganz viele stellen vielleicht kommen wir da am ende einfach noch mal drauf zu sprechen super super das spiel gibt es nur für ms dos ich ich vermute mal es war wahrscheinlich am anfang auch noch für amiga geplant oder so aber man hat dann ist dann sehr schnell an die grenzen gekommen warum kommen wir glaube ich nochmal auf das grafiksetting also das ist nur für ms dos rausgekommen bei dem genre habe ich mich so ein bisschen schwer getan damals war es eine simulation ist es heute vermutlich auch noch ich würde ja sogar sagen dass es einer wenn nicht der erste vielleicht sogar taktik shooter ist im sinne von operation flashpoint oder aber oder sowas damals war es eine infanterie simulation und sie verkauft sich auch selbst als infanterie simulation und auch das war ich sag mal aus der first person perspektive was neu ist zumindest etwas was ich noch nicht kannte es gab vorher schon infanterie simulation aber das war halt sehr auf taktischer ebene sehr stark von oben meistens runden basiert und hier war das alles aus der first person perspektive es war immer noch taktisch aber es hatte auch die gewissen action elemente und vor allen dingen die immersion die wir gleich noch besprechen wenn das ganze ist 1993 rausgekommen entwickelt und vertrieben von electronic arts und selbst auf der verpackung wird ja immer von dem sony hayes ebert ebert gesprochen und der erwähnt sich auch im handbuch ich hatte das glaube ich mal vorgelesen in den ersten folgen was im handbuch was er im handbuch geschrieben hat und ich es macht den eindruck als ob er diese entwicklung des spiels vorangetrieben hat es war natürlich noch andere daran beteiligt ausschlaggebend andere geggen und paul grace die haben später noch andere spiele entwickelt also die sind nicht verzweifelt daran aber der hey der herr hayes ebert leider das war sein einziges spiel ich glaube er hat danach dann auch einfach gelassen man kann auch versuchen ein bisschen was zu googeln aber er ist fast von der bildfläche fläche verschwunden also er hat dann abgeschlossen mit dem spiel entwicklung ich weiß nicht ob er noch irgendwas anderes gemacht hat zum thema vietnam auf jeden fall er war sehr interessiert an dem thema vietnam und der andre gegnern und paul grays die waren vorher bei dem an dem spiel lhx unter anderem beteiligt was ja auch schon eine flughelikopter simulation für und von electronic arts war und deswegen kannten die sich mit der engine ganz gut aus und man sieht es vielleicht nicht auf den ersten blick aber wenn man dann in die spielmechaniken gleich reinschauen dann merkt man dass hier eine simulations engine dahinter liegt und diese nicht so action freundlich ist sagen wir mal so sondern sehr gemächlich ist okay eine serie gibt es keine und weil ich eben ja schon erwähnt habe dass das spiel etwas macht was ist was ich vermute vorher so nicht gab ist mir ein natürlich auch kein ähnliches spiel eingefallen aus dieser aus diese diese dieses art taktik infanterie shooter simulation die story habe ich ja eben schon erwähnt ist der vietnam krieg und zwar kann man hier vier touren ich weiß nicht ob das in englisch heißt es tour of duty also einsätze vier mal in den einsatz gehen sagen wir so vier dienstzeiten im einsatz ich weiß jetzt das deutsche wort dafür nicht aber es war so dass bei der infanterie zumindest in vietnam ist so war dass wenn man ein jahr gedient hatte in vietnam dann musste man nicht mehr rüber es gab zwar möglichkeiten gerade für die luftwaffe und so weiter das zu umgehen weil die wurden dann halt in taiwan oder so keine ahnung oder in thailand oder wo auch immer stationiert und dann waren sie ja nicht in vietnam dann mussten die halt jeden tag wieder rüberfliegen auch nach mehreren jahren im dienst hier war es so dass die meisten froh waren wenn sie mit mit ihrer zeit vorbei waren und wieder zurück in der in den usa waren und sich dort dann die restliche dienstzeit oder die restliche wehrpflicht zeit abdienen konnten andere hingegen haben sich dann einfach weiter verpflichtet weil aus unterschiedlichen gründen ich will da jetzt nicht muß maßen aus welchen gründen aber man konnte sich mehrfach verpflichten und hier kann man das viermal machen das heißt man hat sozusagen vier dienstjahre in vietnam also von 66 bis 69 und jedes jahr hat man unterschiedliche missionen die missionen sind nicht so wie wir das vielleicht von flugsimulationen wie 15 oder so kennen dass sie halt mehr oder weniger random mäßig zusammengewürfelt werden und dann ja immer wieder das gleiche also bei 15 ist es ähnlich wie hier aber hier hat man immer das gefühl dass die mission was besonderes ist durch dieses briefing und auf das briefing kommen wir dann gleich noch mal zu sprechen also das ist die einzige story die es hier gibt es gibt historische debriefings also da sind ich vermute mal in den 80ern auch von zielteameinheiten natürlich die debriefings veröffentlicht worden von vietnam irgendwie muss da wohl schon mal so eine welle von deklassifizierung gewesen sein und da war das vorbei und darauf beruhen dann einige der einsätze und das ist sozusagen die historische grundlage des spiels das ist ein bisschen die story aber im prinzip ist es halt eine simulation da ist man ja sowieso nicht so viel story gewohnt das spielprinzip und alexander wird heute ein bisschen weniger sagen das hatte am anfang schon gesagt das spiel lässt sich wieder in so zwei teile aufteilen das mache ich ja ganz gerne also am anfang muss man sich als spieler dafür entscheiden in welchem jahr möchte ich anfangen je nachdem so viele jahre habe ich noch über also es geht bis 69 69 kann ich halt noch durchspielen und wenn ich 1969 starte dann habe ich nur dieses eine jahr mit den immer gleichen missionen in diesem jahr und wenn das zu ende ist ist es zu ende und ich weiß nicht was dann passiert so weit war ich noch nicht ich habe nämlich immer vorne angefangen also entscheidet man sich für 1966 und dann kann man sich für die soldaten entscheiden den man spielen möchte und das ist auch was besonderes ich kann mich nicht daran erinnern dass es vorher schon mal ein spiel gab was das gemacht hat dass der eigene avatar sozusagen fähigkeiten hat die erstmal dargestellt werden sowas wie unterschiedliche waffen fähigkeiten aber auch beobachtungsgabe aufmerksamkeit heißt es glaube ich und noch mehrere andere stärke und sowas natürlich und diese fähigkeiten sich dann wirklich in den 3d part auf dem wir gleich zu sprechen kommen in das spiel übertragen also dass in einem 3d spiel fähigkeiten rollenspiel ähnlich vorhanden sind die sich angeblich auch steigern lassen leider sieht man diese fähigkeiten nur bei der charakter auswahl wenn man ein neues spiel startet oder aber wenn man eins lädt und das ist ziemlich nicht durchgedacht also man müsste das die ganze zeit sehen aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen das heißt man hat also seinen charakter ausgewählt die zeit in der man starten möchte oder die zeit der woche in der man starten möchte und dann geht es gleich richtig los also man ist dann es gibt keine zwischensequenz es gibt kein kein intro das noch mal sagt hallo willkommen in vietnam oder sowas man ist gleich zack in seinem in seiner basis und das sind so digitalisierte bildchen die einen dadurch diese basis führen und da wird man gleich begrüßt von dem oic ich habe sowas die abkürzung habe ich noch nie gehört ich vermute mal dass es officer in charge heißt bin mir da aber nicht sicher warum sollte der nicht gleich einen richtigen namen haben das war nicht irgendwie ein bisschen komisch aber vielleicht war das damals so bei den zielteams das weiß ich ehrlich gesagt nicht und dann bekomme ich was ich auch erst ein bisschen merkwürdig fand zwei briefings erstmal ein so eine kurze übersicht wo dieser officer in charge sagt ja wir haben diese und diese und dies festgestellt und du musst jetzt dahin das klären und das ist so ein bisschen salopp geschrieben das ist so atmosphärisch geschrieben das bringt so ein bisschen diese sprache und die atmosphäre rüber und danach komme ich noch mal zu einem briefing was vermutlich von jemand anderem ich weiß es nicht geführt wird und da sehe ich dann schon 3d grafik von oben da sehe ich die wegpunkte auf der karte und da wird mir genau gezeigt zu welchem punkt ich hingehen muss was ich da machen muss mit welchen feinden ich rechnen muss und so weiter das ist das ganze das ist etwas nüchtern mehr so wie man das aus üblichen simulationen kennt nachdem ich mir das angeguckt habe weiß ich schon ziemlich genau was ich machen muss in der mission das heißt dann fehlt mir eigentlich nur noch mein team zusammenzustellen und diese team zusammenstellung ist einfach auch nur so ein ich glaube ist ein digitalisiertes klemmbrett soll das darstellen wo halt die namen der mitglieder draufstehen und wo die primär sekundär bewaffnung die tools und die ausrüstungsgegenstände aufgeführt sind die diese personen mit sich bringen natürlich auch der rang und so weiter was man dort aber nicht sieht ist wie gut die einzelnen soldaten oder team mitglieder wirklich mit unterschiedlichen waffen sind weil ich weiß dann nicht wenn ich die waffen wechsel von dem ist überhaupt gut damit sollte ich dem lieber ein gewehr geben sollte der lieber vielleicht ein smg bekommen oder ist der besser mit schallgedämpften waffen oder mit einem raketenwerfer das weiß ich alles gar nicht mehr das passiert hinter den kulissen vielleicht irgendwie aber ich kriege das nicht mit so dass ich immer dazu übergegangen bin und habe gesagt okay das spiel wird denen ja schon von anfang an die richtige waffe in die hand geben und es haben nicht alle die gleiche waffe also es fängt nicht jeder mit der gleichen waffe an sondern die haben unterschiedliche ausrüstungsgegenstände so dass ich bei den waffen meistens nichts geändert habe weil ich gedacht habe das spiel gibt denen schon die waffen in die hand mit denen den mit denen die am besten sind was man aber ab und zu ändern sollte sind dann halt so ausrüstungsgegenstände weil es unterschiedliche missionstypen gibt es gibt zum beispiel missionstypen in denen muss ich patrouillieren das heißt ich muss von einem punkt zum anderen gehen und dort alle feinde ausschalten es gibt missionstypen wo ich gewisse gegenstände oder objekte in der landschaft das kann brunnen sein das kann bunker sein das können unterschiedliche hütten sein die ich zerstören muss sogenannte demolition mission es gibt missionen in denen muss ich einen kriegsgefangenen einen piloten einer verletzten oder aber vielleicht auch einen überläufer gefangen nehmen oder befreien und dann wieder mit zum ausgangspunkt zum zum extraktions punkt mit zurücknehmen und es gibt so genannte observation missions in denen ich dann luftunterstützung habe und diese muss ich dann per naja per fernglas eigentlich nur ich muss dahin klicken und sagen greift das an und zerstört aus wenn die das zerstört haben ist die mission abgelaufen aber ich glaube das ist so eine art forward air controller position oder combat air controller wie auch immer man das nennen möchte also jemand der die lufteinheiten vom boden aus steuert das wurde ja auch viel gemacht und ich glaube das soll so ein bisschen darauf ansprechen diesen missionstyp habe ich nie hinbekommen weil und hier kommt das ganz ganz große der ganz große negative punkt es gibt einen back in dem spiel und dieser back der war auch damals schon da und ich habe sehr lange gebraucht bis ich rausgefunden habe woran es liegt der bug ist wenn man einheiten hat und das sind meistens helikopter die luftunterstützung geben und auf feinde schießen dann gibt es aus gründen die ich nicht verstehe bekommt man bekommt der point man schaden ab von dem was der schaden dieser einheit macht also wenn ein helikopter auf eine hütte schießt mit einer rakete dann kann es sein dass der point man also der anführer des trupps schaden von dieser rakete ab bekommt das passiert zufällig nicht auf jeder karte und ich habe die bedingungen zu der das passiert noch nie rausgefunden und es ist immer der spieler der point man das heißt man steht weit weg von den feinden man steht weit weg von dem eigenen support einheiten und stirbt einfach plötzlich wegen dieses bugs um diesen back zu umgehen und da komme ich jetzt zum nächsten punkt kann ich noch ein realismus menü aufmachen in diesem realismus menü kann ich unterschiedliche dinge einstellen und das ist eigentlich auch ziemlich cool das hatten aber simulationen vorher auch schon da kann ich zum beispiel einstellen wie realistisch ist der schaden wie gut zielen die feinde wie viel naja treffer können die feinde ab wie viel lebenspunkte haben die feinde und so weiter so dass ich dazu übergegangen bin immer wenn ich diese observation mission hatte wo ich wusste dass ich die support einheit einsetzen musste dann habe ich den schaden des spielers ausgeschaltet weil ansonsten war die ist die mission halt einfach nie zu schaffen und selbst wenn man das an macht ist die mission trotzdem ziemlich schwer zu schaffen so dass ich es immer noch nicht geschafft habe weil diese einheiten fliegen dann einfach rein und greifen irgendwas in diese in so einem umkreis an wenn man denen aber sagt zerstöre dieses haus aus manchen gründen treffen die das haus nicht ich vermute dass das daran liegt dass der ganze schaden den das haus bekommen sollte der spieler eigentlich bekommt durch diesen besagten back aber der spieler bekommt ja jetzt keinen schaden darum kriegt keiner den schaden und das haus geht nicht kaputt und diese mission kriegt man nicht hin so dass ich später dazu übergegangen bin diesen missionstyp einfach gar nicht mehr anzufassen und ich bin auch dazu übergegangen luftunterstützung gar nicht mehr einzusetzen das ist ziemlich schade und das ist ein ziemlich ärgerlicher back in dem spiel so exkurs zu ende wir haben jetzt das missionsziel wir wissen was wir machen sollen wir haben die soldaten ausgerüstet also dass das die teammitglieder ausgerüstet und jetzt wollen wir los dann klicken wir auf los und dann kommt was ich sehr atmosphärisch finde so eine aus so einer naja schräg oben kamerasicht so eine ich will jetzt nicht sagen so ein filmchen es sind so digitalisierte fotos und da bewegt sich mal einer in so ein paar frames also es ruckelt dann so ein bisschen und die bewegungen sind eigentlich auch immer immer gleich es gibt so ein paar unterschiedliche ich weiß nicht so eine handvoll vielleicht unterschiedliche ansichten davon aber das interessante ist wie in diesem missionsbriefing in diesem persönlichen individualisierten missionsbriefing gibt es in dieser bull session halt nette informationen von den soldaten die unterhalten sich die unterhalten sich hast letzte woche gesehen von team 2 oder sowas oder wusstest du dass dies und dies und dies oder die sagen für den einsatz zum demolieren denkt dran dass du die handschellen mitnimmst und so weiter also die die geben tipps zum spiel aber das finde ich in einer sehr atmosphärischen art und weise sind diese tipps ja an der falschen stelle darüber habe ich mich auch schon mal geärgert die geben dann wirklich tipps und sagen um gefangene mitzunehmen muss man zum beispiel so ein naja so ein kit mitnehmen im in wirklichkeit gehe ich mal davon aussehen dass einfach handschellen gewesen die man mitnimmt und dieses kit das wusste ich am anfang nicht und dann sagt der soldaten ja um gefangene mitzunehmen sollst du dieses kit mitnehmen ja aber das sagte einem nachdem man das ausgerüstet hat also nachdem man den ausrüstungsscreen schon beendet hat das ist so ein bisschen schade aber trotzdem sind die sehr sehr atmosphärisch und sind sehr spaßig wenn das beendet ist die sind auch so ein bisschen musik hinterlegt nur wenn wir gleich auf den musikpunkt zu sprechen kommen so viel musik gibt es nämlich nicht dann kommt man schon das erste mal in so eine 3d ansicht wo man so ein pbr also so da hatte ich ja auch mal bei gunboat drüber gesprochen so petro boat river sieht was angedockt ist und wo dann die eigenen soldaten schon in der 3d ansicht zu diesem boot laufen man sieht kurz den dat das datum und die uhrzeit und dann fährt dieses boot los und schwenkt die kamera um dann kommt das boot wieder und setzt die spieler oder den spieler und seine kameraden in die mission ab hier geht es auch dann das erste mal dass man wirklich interaktiv taktisch eingreifen kann man kann nämlich diesen einstiegspunkt verändern ich habe das bis jetzt noch nie gebraucht bin mir nicht sicher wofür das gedacht ist vielleicht wenn die einstiegszone vielleicht ist es in späteren level wie gesagt dass das dritte und vierte jahr fehlt mir ja noch vielleicht ist das so dass das dass der einstiegslevel dann irgendwie oder die einstiegszone dass sie vielleicht hot ist also dass feinde da sind und auf einen schießen dass man die dann umlegen kann also am anfang habe ich das jedenfalls noch nicht gebraucht dann drückt man einfach escape und zack ist man dann in der außenansicht man sieht das in der third person man sieht die figuren so von schräg oben und dann kann man das schon ein wenig wie aus heutigen shootern bekannt steuern also man steuert das mit den cursor tasten und ich glaube standardmäßig steuert das steuert man das mit der maus das heißt wenn man die maus nach links und rechts bewegt dann dreht man sich nach oben und unten passiert halt einfach gar nichts sondern links und rechts und das geht auch geht auch eigentlich ganz flüssig aber es ist so ein bisschen schwammig und eigentlich nicht gut so dass ich schnell dann wieder auf die tastatursteuerung umgegangen bin und es ist wie man es aus einer simulation kennt nicht wie heute dass man shift und w drückt um zu laufen sondern man hat sozusagen mehrere stufen man kann sagen man möchte robben man möchte kriechen man möchte schleichen man möchte rennen und diese diese stufen kann man so durchgehen also so haltungsstufen könnte man sagen kann man durchgehen und je nachdem je aufrechter man steht natürlich je weiter können einen dann die feinde schon erkennen und das ist eigentlich der größte teil für die bewegung es gibt noch die taste q für quick dive da kann man dann wenn eine granate fliegt oder wenn man überrascht wird kann man einfach q drücken da machen alle teammitglieder so einen hechtsprung nach vorne und gehen in deckung und schmeißen sich auf den boden das habe ich auch sehr oft benutzt aber damit hat man schon mal so die meisten bewegungssituationen hinter sich es gibt dann noch wenn man fallen gefunden hat oder so muss man so ein bisschen vorsichtiger sein aber das ist erstmal alles dann bewegt man sich von einem punkt zum anderen erfüllt die missionsaufträge und nachdem man diese missionsaufträge erfüllt hat geht es dann wieder zurück zum extraktions punkt da kann man sich dann in der regel wieder von dem boot abholen lassen oder man könnte sich auch von hubschraubern abholen lassen und wie macht man das mit dem abholen wenn man leertaste drückt bekommt man so eine taktisch karte von oben wie man das so aus den frühen 90ern immer von diesen weiß nicht bei tom klancy und so war das auch dass man von oben dann immer so eine satelliten ansicht sah wo die soldaten rumgelaufen sind und sowas so in dieser richtung kann man sich das vorstellen nur sehr sehr viel rudimentärer in dieser ansicht kann man die soldaten auch hin und her ordern es ist so dass man sein team zum beispiel auch aufteilen kann so dass ein team deckung gibt während das andere zum beispiel jemanden gefangen nimmt oder minen legt beziehungsweise also sprengsätze legt oder minen entschärft und so hat man immer noch so ein taktik teil zwischen zwei team teilen oder oder halt zwischen dem gesamten team und den support einheiten leider und ich verstehe ehrlich gesagt nicht wie man das hat übersehen können kann man diese karte zwar rein und raus zoomen aber man kann diese karte nicht verschieben das heißt wenn ich zum beispiel mit meinem zweiten team an einen punkt gehen möchte den ich bei raus gesummter karte nicht sehen kann dann kann ich da nicht hingehen vielleicht sollte das irgendwie den fog of war oder die situational awareness um den spieler drumrum demonstrieren aber es macht irgendwie keinen so richtigen sinn weil auf einer karte könnte man ja auch dem anderen team sagen okay geh dahin oder geh hier hin und könnte auch dem feuersupport sagen geh dahin und schießt da alles kaputt ich weiß ehrlich gesagt nicht warum das nicht umgesetzt wurde diese ganzen missionsschritte können zeit in anspruch nehmen weil es kein schnelles spiel ist also man muss mit in deckung vorgehen man muss muss vorsichtig sein man muss immer damit rechnen überfallen und überrascht zu werden vom feind und dafür gibt es ein zeitraffer aber gleich vorweg ich habe noch nie so einen nutzlosen zeitraffer gesehen weil während des zeitraffers läuft zwar die zeit schneller aber das bild bleibt stehen also man sieht eigentlich gar nicht was passiert der zeitraffer bricht natürlich ab oder fällt wieder zurück in die normale zeit wenn man beschossen wird aber wenn ich erstmal beschossen werde ist es ja zu spät also der zeitraffer bringt wirklich nur was wenn man schon weiß okay ich habe hier alle feinde aufgeräumt und ich renne jetzt einfach nur noch zum ausgang oder zum extraktionspunkt dann kann man den mal benutzen aber im normalen spiel alltag sage ich jetzt mal so kann man da wirklich nicht mehr viel mit anfangen das ist weiß ich nicht ist ein bisschen überflüssig finde ich irgendwie schade die missionsziele das hatte ich schon gesagt gerade das gefangen nehmen und so finde ich einen sehr coolen twist den ich auch heute noch vermisse sowas geht leider sehr sehr selten dass feinde wenn viele gestorben sind dann ergeben die sich ich habe vergessen was die rufen die feinde sprechen natürlich nordwiet nordvietnamesisch und die rufen dann irgendwas und heben ihre hände hoch bei mir ist es natürlich wie in der realität auch gewesen das ist meistens dann zu spät gewesen und irgendwer hat den dann umgesägt oder ich habe den umgesägt das hat bei mir noch nie so richtig funktioniert aber ich habe es schon mal gesehen und ich finde es trotzdem interessant ich glaube wenn man mit dem mit dieser möglichkeit im hinterkopf spielt dann achtet man vielleicht ein bisschen mehr darauf aber ich bin das so überhaupt nicht gewöhnt dass es in so taktik shootern oder in shootern zivilisten gibt oder einheiten die sich dann noch ergeben können dass ich in der regel da überhaupt gar nicht darauf geachtet habe das fiel mir immer später ein weiterer netter aspekt und immersiver aspekt ist dass ich als ja für meine karriere punkte sozusagen gefallene soldaten feindliche gefallene soldaten durchsuchen kann und dann werden waffen und dokumente sichergestellt und das war ja ein wichtiger teil dieser der bewertung des erfolgs vom krieg und damit kann ich dann halt schneller aufsteigen wer werde schneller befördert und bekomme noch andere medaillen es gibt noch beförderung medaillen die haben aber nicht so wirklich irgendeinen sinn und sind auch nicht so gut dargestellt ja weitere immersive punkte ist zum beispiel und da kommen wir jetzt wieder auf den das am anfang erwähnte rollenspiel part zurück dass zum beispiel bei der beobachtungsgabe die der spieler hat es sein kann dass ich als spieler schon feinde am horizont laufen sehen kann aber mein avatar also der soldat den ich ausgesucht hat der den soldaten den ich spiele diese noch nicht sieht und sie so auch nicht beschießen kann weil das spiel selbst kein fadenkreuz hat heute ist man es gewohnt dass in der mitte des bildschirms oder irgendwo in der mitte des bildschirms ein fadenkreuz ist und wenn ich ein feind sehe kann ich darauf zielen wenn ich hinklicke fliegt die kugel dahin hier die herkunft von dem flugsimulator ist es so dass ich mit tab die ziele durchscheiden kann die die figur die der spieler spielt schon gesehen hat und wenn ich die feinde nicht sehen kann also der die spielfigur ist jetzt schwer zu beschreiben die spielfigur diese feinde durch die durch die ich weiß nicht ob das vermutlich wird das ausgewürfelt wie in einem rollenspiel die irgendwie nicht erkennen kann dann kann ich die auch nicht beschießen ich kann die erst beschießen wenn ich die als ziel auswählen kann und dann ist es auch wirklich nur ein druck auf die enter taste weil die fähigkeit des charakters die entfernung zum feind die deckung vom feind bestimmen dann ob ich den gegner treffe oder nicht was ich ziemlich innovativ finde und es entschleunigt das ganze auch und macht es mehr zu einer simulation das ist ein ziemlich cooler cooler effekt finde ich ein weiterer cooler immersiver punkt ist hat überhaupt nichts wichtiges zu tun aber wenn ich meinen mitspieler meinen mit team mitspielern mit soldaten teammitgliedern befehle gebe dann gibt es immer so kleine handzeichen dafür weil wir sind ja zielteam wir sind erfahren und wir schleichen und so weiter und wir geben dann immer so handzeichen was gemacht werden soll und das finde ich schon ziemlich cool früher habe ich dann versucht die auswendig zu lernen damit wenn in manchen film war das ja früher auch immer so dass da so handzeichen so ganz cool war und ich dachte also was hielt ihm sind die handzeichen ganz einfach was der da macht kann ich überhaupt nicht das verstehe ich überhaupt nicht aber ich glaube das liegt auch einfach daran dass es dass es an film und fiktion war und b dass die handzeichen vermutlich nicht über alle einheitengattungen gleich sind also vermute ich mal dass da wahrscheinlich irgendwo auch unterschiede sind aber ja das habe ich damals nicht verstanden ist das nur ein gag oder ist das wirklich eine spielmechanik die du da auch einsetzen muss und die auch was bringt ja ich muss muss meinem team ja schon sagen ob sie auf ob sie das vorher halten sollen ob sie nur zurückschießen sollen welche körperposition oder körperhaltung sie einnehmen sollen ob sie soldaten so ich suchen sollen also es visualisiert deinen befehl dann noch richtig alle befehle das sind sind oben in so einer kleinen animation für dich als spiel das ist nur zur immersion das bringt dir als spieler natürlich nicht dass ich meine du drückst eine taste und dann laufen die los und durchsuchen jemanden ob da jetzt so ein symbol ist oder nicht ist eigentlich egal aber für die immersion finde ich ist es schon sehr wichtig und diese handzeichen die gibt es nur du oder kann es passieren dass einer deiner anderen drei kameraden ein zeichen gibt es um dich auf feind beispielsweise aufmerksam zu machen ja das ist so ein punkt leider nein also klar sprache gibt es schon habe ich gesagt von feinden aber jetzt sprach schnipsel im kampf gibt es nicht es gibt dann immer so text wo dann jemand sagt ah ich bin getroffen oder wir liegen unter feuer das hilft ein eigentlich gar nicht weil ich bin getroffen okay der wurde getroffen damit kann ich vielleicht noch ein bisschen was anfangen aber er sagt auch schon mal gar nicht wie schwer und wo und ob er hilfe braucht aber wir liegen unter feuer weiß ich selber wollen mir die kugeln um die ohren fliegen er sagt halt nicht aus welcher richtung und das ist ziemlich doof er sagt hat nur wir liegen unter feuer und das ist das einzige was man als rückmeldung von seinem team kameraden bekommt außer wenn du befehle gibst dann sagen die ja mal okay oder sowas aber mehr gibt es nicht du musst nicht auf handbefehle von den anderen teammitgliedern achten okay schade ja auch schade ist es es gibt zwar relativ viele waffen und auch exotischere waffen in dem spiel wie zum beispiel den m 79 oder sowas also so ein granatwerfer den kennt man ja auch oder das m 14 das wenn man 18 geguckt hat oder so kennt man die die sind im spiel drin die bestehen aber eigentlich nur aus einem schriftzug und werten also es ist nicht so wie man das vielleicht von doom gewöhnt ist dass man in der mitte sonnen oder heutzutage auch gewöhnt ist dass man so in der mitte irgendwie am unteren bildschirm eine waffe hat sondern man hat diese waffe halt ausgewählt punkt das ist ein schriftzug fertig ich kann da noch einstellen welche feuer modi die haben was glaube ich auch recht innovativ war das war damals in so 3d shooter in anführungsstrichen auch unüblicher dass man den feuer modi auswählen könnte und das war's es gibt dann noch diese tools die ich gesagt habe zum beispiel wie dieses c4 oder man muss zum beispiel immer ein funkgerät mitnehmen damit man mit den support einheiten oder aber wenn man meinst sein ziel aufgeteilt hat dass man mit denen in kontakt bleiben kann aber es gibt auch unterschiedliche granaten und das fand ich auch interessant dass es nicht einfach nur granaten gibt sondern es gibt halt splitter granaten es gibt zum beispiel tränen gas granaten es gibt unterschiedliche rauch granaten die man benutzen kann meistens ist man in einer reichweite wo diese granaten nicht so richtig viel helfen also es wieder ein nettes gimmick was in vereinzelten situationen ein bisschen hilfreich ist aber meistens eher weniger das braucht man irgendwie nicht wenn man dann den einsatz erfolgreich oder nicht erfolgreich es gibt immer drei ziele primär sekundär und tertiär wenn man den primären auftrag einsatz das primäre einsatz ziel erledigt hat kann man theoretisch erfolgreich die karte verlassen dann hat man die mission geschafft die anderen beiden ziele zu erreichen bringt natürlich sonderpunkte wenn man sich dann ausgeflogen hat oder ausfliegt dann gibt es noch mal so eine kurze animation wie man wieder gelandet wird oder wie man zum basis camp zurückfliegt und dann gibt es das mission debriefing könnte man sagen da bekommt man noch mal so eine kurze übersicht dieses ziel erledigt dieses ziel erledigt und dieses ziel erledigt so und so viele gefangen genommen so und so viele schüsse abgegeben so und so viele treffer so und so viele feinde erledigt und das war's wir hatten ja eben schon gesagt es gibt dann historische missionen dann gibt es noch mal einen zweiten button wo man sich dann das historische debriefing angucken kann und das ist ein bisschen ausführlicher da schreibt dann auch der squad leader vermutlich oder der fireteam leader ich weiß nicht wer das dann gemacht hat so ein bisschen was persönliches und man kann dann schon so ein bisschen erahnen was dieser einsatz den man gerade selber gemacht hat wieder in der realität ausgesehen hat aber das passt natürlich alles gar nicht voreinander das ist so grob stilisiert bei der grafik kommen wir da glaube ich noch mal näher näher zu es ist aber trotzdem finde ich sehr immersiv dass man halt seine eigene leistung mit denen vom echten zielteam so ein bisschen vergleichen kann also als kind zumindest genau eventuell bekomme ich dann noch einen orten also wenn ich verwundet wurde bekomme ich auf jeden fall irgendwie ein aber ja da kann ich mir die pack draufkleben wenn ich glück habe oder aber wenn teammitglieder karl also killed in action sind dann werden die durch andere wieder aufgefüllt ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher ob es dann unendlichen pool gibt oder ob es nur eine gewisse anzahl von soldaten gibt und das irgendwann vorbei ist das weiß ich ehrlich gesagt nicht ich vermute dass es irgendwann vorbei ist und man dann seine kampagne nicht mehr schaffen kann ich bin mir da aber nicht sicher soweit ist es bei mir noch nicht gekommen wenn man richtig vorgeht ist das spiel jetzt nicht so super schwer zumindest die ersten zwei jahre nicht ich weiß jetzt nicht genau nach ob jedes jahr eine gewisse anzahl von missionen ist oder ob das so ein bisschen variiert ob das sich so ein bisschen an historische gegebenheiten anpasst und ich vermute mal ja aber in wie genau das das kann ich nicht sagen jedenfalls ist irgendwann dieses jahr zu ende und dann bekommt man so eine zusammenfassung die auch textlich ist und nett geschrieben wo wieder von diesem officer in charge oder dem oic und dann kann man sich entscheiden ob man weitermachen möchte oder aufhören möchte und das war's im prinzip speichern kann ich dann auch noch mal ich kann nach dem beenden jeder mission speichern ich kann nicht innerhalb der mission speichern was ich aber nicht so schlimm finde weil das schon finde ich bei so einem taktik spiel er zur immersion beiträgt die missionen sind jetzt auch nicht 45 minuten lang in der regel sondern nach so 15 20 minuten hat man die meisten missionen durch gespielt und ich bin zwar ab und zu mal gestorben aber ich bin weit öfter durch den back gestorben wie durch feinde wenn man da taktisch vorgeht und so weiter geht das ganz gut ich glaube das war's das war so das großartige gameplay das wiederholt sich dann immer wieder es gibt ja unterschiedliche missionen man ist immer in diesem mekong delta und man wird immer hin und her geschoben man hat unterschiedliche einsätze oftmals ist es aber auch so dass diese wie soll ich das sagen also im missions briefing sieht man ja immer so eine gepixelte 2d karte die wechselt dann in eine 3d karte und diese übersetzung von den 2d pixeln in die 3d pixel sind oft sehr gleich also es werden immer wieder die gleichen assets benutzt es gibt auch andere assets aber nach der zeit man merkt schon dass diese karten mehrfach verwendet wurden für einige missionen dann wurde halt aus dieser karte mal irgendwie zwei häuser in eine andere richtung geschoben irgendwie die reißpaddies wurden verändert und so aber im großen und ganzen läuft man oft in der gleichen gegend rum also da gibt es jetzt keine so großen unterschiede aber dadurch dass die missionen halt nicht immer nur gehe dahin und schieße alles um obwohl das auch dazu hört sondern aber auch immer so einen kleinen unterschiedliche finesse befreie den gefangenen sprengen den bunker in die luft oder sowas haben finde ich halt trotzdem interessant aber ich fände es bei weitem nicht so interessant wenn diese individualisierten missions briefings nicht wären ich würde das so vergleichen wie zum beispiel war wings of fury da sind die missionen hallo aus dem schnitt ich meine natürlich wings und nicht wings of fury auch alle gleich aber dadurch dass es ja diese tagebuch einträge gibt ich weiß nicht ob du dich noch erinnerst doch ja durch diese tagebuch einträge sind es zwar immer die gleichen missionen die man fliegt aber sie haben halt schon wenn man sich auf diese immersion einlässt auf diese tagebuch einträge immer so einen anderen hintergrund und das ist hier ganz genau so es ist jetzt nicht so persönlich wie bei wings of fury aber es gibt doch eine persönlichere note dem ganzen und das finde ich macht es interessant und macht es auch dass ich weiter gucken will weil es gibt keine keine upgrades ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich unsicher ob es überhaupt im spielverlauf andere waffen oder andere luftunterstützung oder sowas gibt ich glaube das ändert sich alles nicht das heißt das bleibt alles gleich es sind nur diese persönlichen oder individuellen missions briefings und debriefings die interessant sind in denen auch der spieler direkt angesprochen wird und das fand ich halt super und das macht es immer noch für mich aus ich bin immer noch fest davon überzeugt dass ich im stream dieses spiel irgendwann mal durchspielen werde weil ich habe noch lust es zu spielen nach zwei jahren also noch 50 prozent des spiels ungefähr mich würde jetzt noch interessieren spielt die auswahl der anderen kämpfer denn wirklich so eine große rolle musste da wirklich darauf achten die richtigen leute dabei zu haben um dann die mission auch erfolgreich beenden zu können oder ist das eher nur deko und dient der immersion und du kannst eigentlich jeden mitnehmen ich glaube letzteres ich glaube das war eine gut angedachte mechanik die es schon im spiel dann gab als man festgestellt hat hoppla das funktioniert nicht so gut wir müssen da noch ran sonst wird das irgendwie zu schwer oder zu unbalanced ist es ist ja auch laut handbuch kriegt man ja ich weiß nicht fertigkeitspunkte erfahrungspunkte also je mehr man zum beispiel mit einer waffe schießt desto besser wird man mit der waffe ich habe mir jetzt nicht beim verlassen des einen spiels bis zum nächsten mal spielen meine werte aufgeschrieben weil wie gesagt beim laden des spiels oder neu einstarken des spiels ist es das einzige mal wo ich meine werte sehen kann und die von meinen teamkameraden sehe ich gar nicht mehr im spiel von daher vermute ich dass es leider keinen so großen einfluss auf das spiel hat wie sich die designer am anfang vielleicht beim ja design dokument des spiels erhofft haben leider nicht nein immer wenn jemand von meinen soldaten gestorben ist lag es entweder daran dass die ki an hausecken hängen geblieben ist nachdem sie irgendwie ein c4 paket an das haus gelegt hat und dann mit hochgegangen ist ja oder dass ich unterschätzt habe wie viel sprengwirkung so ein c4 paket hat und ich weit genug weggegangen bin und die hochgegangen sind hast du bei der ausbildung gepennt oder ich aber irgendwie einen anderen fehler gemacht habe oder aber der die ki auch einen anderen fehler gemacht hat und dadurch gestorben ist ich hätte jetzt also das hätte jeder anderen figur auch passieren können hätte ich jetzt mal würde ich jetzt einfach mal zu sagen die versöhnliche bindung zum spiel ich glaube du kanntest es gar nicht und ich glaube du kanntest es auch bevor wir es in ich glaube na powerplay oder so gefunden haben gar nicht oder richtig also das cover bekam das cover kam ja bekannt vor mit dem dem mann grüne ding ist das tarnfarbe ich weiß es gar nicht aber das cover ist schon recht interessant gestaltet das ist auch ein berühmtes foto okay deshalb kam mir das vielleicht bekannt vor naja berühmt berühmt relativ aber ist ein sehr bekanntes foto aus der zeit das ist im handbuch steht auch also das finde ich auch gut dass sie im handbuch immer die credits dazu geschrieben haben wenn sie bilder hatten und wer auf den bildern zu sehen ist und so weiter und dieses bild hat man schon öfter gesehen ich glaube das war auch in der times und so weiter deswegen kennst du das wahrscheinlich okay okay da kam mir das bekannt vor das spiel selber es kann sein dass ich darüber gelesen habe wahrscheinlich habe ich auch darüber gelesen aber ich bin nie ein großer fan gewesen in die rolle eines soldaten zu schlüpfen also in eines in die rolle eines infanterie soldaten ich bin eher ein fan der waffe also eines uboos eines panzers eines flugzeugs klar da spielt man auch den soldaten den piloten den kapitän ein besatzungsmitglied aber naja vielleicht liegt es auch daran dass mich die infanterie nie interessiert hat also ich wäre da bei der bundeswehr auch nicht freiwillig hingegangen zu den grenadieren oder sonst irgendwo ich glaube ich wäre ich hätte dann versucht wenn ich nicht verweigert hätte damals wir reden hier über ende der 90er da gab es keinen russen mehr da hat es nicht mehr so viel sinn gemacht zu der zeit als ich dann dort hätte dienen müssen ich glaube ich hätte versucht mich zu einer truppengattung versetzen oder hinzugehen wo man auf einem schiff ist oder keine ahnung vielleicht auch ein panzer aber nicht koch koch ja oder ordonnanz das wäre vielleicht auch noch mal ganz lustig gewesen nein also vielleicht liegt es daran dass meine erste berufswahl bei der bundeswehr nicht die einer kämpfenden einheit gewesen wäre einer kämpfenden infanterie einheit das ist glaube ich das problem was ich mit dem spiel grundsätzlich habe und warum ich es dann auch nie gespielt habe und ich habe auch die nachfolgenden sachen nicht gespielt die es dann gibt ja also wenn du mich fragen würdest lass uns mal so ein taktik shooter spielen da werde ich dich etwas merkwürdig anschauen weil es einfach nicht mein genre ist es gibt ja auch gar nicht viele es ist glaube ich von vielen nicht das genre aber da sprichst du einen guten punkt an das geht mir ganz genau so das geht mir ganz genau so ich hatte auch nie so das interesse daran ich hätte jetzt den auch einfach ohne die bilder gesehen zu haben in dem test zu dem spiel hätte ich das spiel nicht gekauft und mit dem test gelesen zu haben dass das ganze in vietnam spielt ein konflikt der mich als kind und jugendlicher überhaupt nicht interessiert hat weil ja eh alles nur dschungel ist da kommen ja egal keine panzer durch und so weiter das fand ich immer total langweilig und darum hätte ich das spiel ohne die screenshots überhaupt nicht angefasst der grund warum ich es mir zum release gekauft habe war einfach die tatsache dass ich simulationen mochte weiß ich nicht bei f15 strike eagle 3 wird eine f15 simuliert aber durch das ganze drum herum habe ich das gefühl dass das spiel nicht die f15 simuliert sondern sie simuliert den piloten einer f15 und diese art von simulationen finde ich immer super spannend bei silent service bei burning steel und so weiter da wird ja ein schiff simuliert man ist zwar richtig und so weiter aber man bedient unterschiedliche stände und so weiter und das hier war eines der wenigeren oder der selteneren spiele wo man direkt eine person simuliert oder den alltag einer person vielleicht sollte man so sagen in maßen simuliert wird und das hat mich mit dieser 3d grafik die sowas besonderes war für mich so sehr scharf gemacht auf dieses spiel dass ich sofort vorbestellt habe obwohl die tests ja schlecht waren da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen ja das spiel war durch diesen bug unglaublich schwer für uns zu spielen meine freunde und ich wir haben das nicht oft gespielt die haben es noch weniger gespielt weil dieser bug allen halt immer das spiel kaputt gemacht hat man ist halt zufällig einfach irgendwie gestorben und man konnte nichts dagegen machen ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht es gibt kein update dafür es niemand spricht über diesen bug auch die testzeitungen und so sprechen über diesen bug nicht irgendwo bei mobi games in einem der kommentare habe ich mal jemanden darüber auch sprechen gehört über diesen bug also ich keine ahnung wie niemand das aufgefallen sein kann ich kann nur vermuten dass niemand das richtig gespielt hat und das spiel einfach doof fand dass man gestorben ist weil es gibt ja auch kein richtiges feedback da steht jetzt nicht man wurde von dem und dem getroffen oder sowas man kippt einfach um und ist vorbei und ich kann halt nur vermuten dass es auch zum teil zu den schlechten bewertungen mit beigetragen hat und wenn ich ehrlich bin hätte mich diese ganze grafik und so weiter nicht so aufgesungen hätte ich dieses spiel auch richtig schlecht gefunden aber ich und ich glaube ich bin bei uns auch wirklich der einzige oder in meinem freundeskreis damals war wirklich der einzige der dieses spiel richtig toll fand und mich hat das nicht gestört immer wieder von vorne anzufangen in der mission und zu versuchen es doch zu schaffen und irgendwann hat man es ja geschafft weil irgendwann funktionierte der back mal nicht und das war sehr sehr mühsam ich bin damals auch nie weit gekommen ich wusste zum beispiel gar nicht dass man mehrere touren sozusagen machen kann so weit war ich noch nie gekommen und ich wusste natürlich auch über den vietnam konflikt nichts was ja leider im handbuch auch nicht wirklich beschrieben wird also von daher war meine persönliche verbindung mit dem spiel immer nur auf der immersion basieren nie wirklich auf dem gameplay oder was dort simuliert wird aber nachdem ich so viel erzählt habe kommen wir jetzt zu den punkten grafik sound musik da kannst du ja auch was zu sagen alexander wie haben dir denn die grafiken gefallen fangen wir mal mit den nicht 3d also mit den ja zwischen bildchen zwischen menüs und so weiter an ich finde das war eins der highlights bei dem spiel weil es war erst mal ungewöhnlich solche grafiken zu sehen weil zu der zeit gab es noch sehr viel gepixelte grafik und ich fand auch die qualität erstaunlich gut also sie war doch sehr detailliert die digitalisierten bilder waren gut getroffen vielleicht wird es auch irgendwann langweilig wenn man die zu oft sieht ich hatte mir ja nur ein zwei folgen bei dir angeschaut aber da hat es mir sehr gut gefallen das hat mir ja das war mal was anderes das fand ich gut ja aber das hat dir glaube ich nicht so gut gefallen oder ja ich bin auch damals schon kein so großer freund von digitalisierten bildern gesehen ich hatte schon also ich habe mich sehr auf 14 fliegt defender von micropros gefreut und die freude war sofort fast dahin als ich gesehen habe dass das intro nur so ein bisschen pseudo rock musik mit digitalisierten film schnipselchen ist da war für mich die immersion komplett hin also ich wollte so ein schön gerendertes intro wie bei 15 3 sehen und habe dann so eine scheiße gekriegt aber ich kann verstehen dass dass das ja dass das eine nette abwechslung ist zu den gepixelten bildern mir hat es damals nicht so gut gefallen und auch heute nicht so gut gefallen aber es ist ähnlich könnte man man könnte die mit wie bei aces of the pacific vergleichen die tragen schon zur atmosphäre bei und es gibt ja auch so zwischenbildchen dass man dann irgendwie ich habe keine ahnung in saigon oder so ist und dort dann halt urlaub macht oder so zwischen den einsätzen und dann gibt es so ein kleines foto von der stadt mit zum auto im vordergrund und so was also die haben schon versucht da so ein bisschen abwechslung reinzubringen und ich finde das ist es ist auch okay also sie ja was mir dann noch aufgefallen ist ist die farbwahl die ich sehr gut finde es sind sehr kräftige farben natürlich herrscht der grünton vor ich meine wir reden hier über den dschungel und vietnam das hat mir jetzt bei der in game grafik ne bei der in game grafik dann genau das hat mir wirklich gut gefallen die anderen die die missionsbildchen sind ja alle sehr grau und gelb braun so ja die sind grau genau genau auch ein bisschen schwer lesbar also bei dieser übersicht wo man die stärke der verschiedenen soldaten sieht ihre eigenschaften das fand ich nicht so gut lesbar das war nicht so gut gemacht aber dafür fand ich die die 3d grafik wirklich hübsch dieser gut aus und auch sehr detailliert da wirst du ja gleich noch mal bisschen ausführlicher berichten weil du hast natürlich viel mehr mitgekriegt als ich als außenstehender der nur passiv zugeschaut hat ja also ich muss sagen dass für 1993 für mich dass ein eine mischung aus grafik und sound ist die eine immersion erzeugt die die ersten paar jahre nicht übertroffen wird also man muss sich das von der 3d grafik vorstellen dass es aussieht wie bei weiß jetzt nicht es ist so specific es ist also polygone die nicht texturiert sind das heißt die sind auch nicht gerade hoch auflösend also so ein haus sind halt vier ecken wo in der mitte halt oder in einer seite in der mitte ein ausschnitt ist die tür von dem haus und da ist halt ein eckiges dach drauf oder ein dreieckiges dach drauf das war es dann dann gibt es vielleicht noch so halbrunde hütten und die bunker sind halt ähnlich also die sind sehr rudimentär die ja ich würde sagen die gebäude sind sehr rudimentär was aber nicht rudimentär ist ist die vegetation drum herum klar vietnam wenn man vietnam hört denkt man gleich an dschungel und so weiter an elefanten gras an three canopy jungle also dreifachen dreifach stufige baumwipfel man denkt an berge an flüsse und so weiter das geht aus technischen gründen natürlich nicht und da sind sich die entwickler auch ziemlich klar gewesen und ich glaube deswegen hat man sich auch das mekong delta ausgesucht weil es halt im gegensatz zu anderen teilen in vietnam gerade im nördlichen bereich relativ flach ist und das spiel ist flach es gibt keine berge in dem spiel es gibt mal so bunker die so ein bisschen rausschauen oder sowas aber ansonsten ist alles flach in dem spiel und das passt natürlich für dschungel eigentlich überhaupt nicht das ist ein wirklich der größte minuspunkt an der in der immersion für dieses spiel das habe ich als kind auch anders erwartet das war irgendwie für mich kein dschungel und ist es auch heute nicht aber die entwickler wussten das natürlich und haben versucht das durch gewisse tricks wieder rauszuholen zum einen ist die umgebung komplett zerstörbar ich glaube für mich zumindest ist das erste 3d first person spiel in dem man alles zerstören kann was man sieht und das sind gibt auch taktische vorteile wenn man zum beispiel mit einem granat werfern baum oder mit einem mg in baum beschießt dann kippt er halt um und dieser umgekippte baum den kann man dann weiter als deckung benutzen um daran vorzurücken und dann hat man eine deckung die man vorher nicht hätte weil ja alles flach ist kann man jetzt nicht einfach in irgendeine senke oder so reingehen und dort deckung nehmen und das fand ich ziemlich genial also das hat für mich die immersion wieder richtig rausgerissen dazu kommt zum beispiel dass viele gras teile bis büsche schilf und so weiter in 3d dargestellt werden und die sich sogar so ein bisschen bewegen wenn man daran vorbeigehen und dazu jetzt greife ich dem sound ein bisschen vor raschelt es sogar wenn man also man hört das gras rascheln wenn man selber dran vorbei geht und so weiter das war super immersiv für mich dazu kommen finde ich das ist oft so dass wenn in einem spiel viel liebe ins detail gesteckt wird dass mich das unglaublich aufsaugt hier ist es so da fliegen halt so ein paar pixel durch die gegend und am anfang denkt man was ist das aber wenn man dann so die bewegungsrhythmus dieser pixel sich genau anguckt dann kann man denken ach das sollen moskitos sein ach das da vorne das sind schmetterlinge guck mal die fliegen von blume zu blume oder von gestrüpp zu gestrüpp guck mal da sitzt ja ein papagei in dem baum und das sind dinge die die haben mich als kind dann total geflasht so was habe ich vorher noch nie gesehen und die machen dann auch alle entsprechende dschungel geräusche und so weiter also das heißt dadurch kommt dann diese dschungel immersion und atmosphäre nämlich doch wieder auf und das fand ich richtig toll das fand ich richtig richtig toll dazu kommt noch die feindlichen spieler sind nicht 3d das ist das einzige neben explosionen was in 2d dargestellt wird diesen sprites so wie man das von doom zum beispiel auch kennt da sind die monster ja auch sprites oder wie man das vielleicht von wing commander kennt die feindlichen raumschiffe sind so sprites diese aus unterschiedlichen richtungen gezeichnet wurden und das ist hier auch so aber was ich vorher so nicht kannte ist dass diese sprites sehr immersive animationen haben zum beispiel wenn man weiß dass ein team kamerad angeschossen wurde dann humpelt der der hinkt dann so ein bisschen der ist verwundet oder wenn man wenn die gefallene feinde durchsuchen dann geht einer dahin durchsucht den und der andere hockt sich in der zeit hin und gibt deckung und sucht so den horizont ab gibt so ein bisschen deckung seinen kameraden gegenüber das finde ich super immersiv wenn man zum beispiel einen eigenen piloten befreit hat der vorher in gefangenschaft war dann läuft dieser pilot der sieht ein bisschen anders aus der hat der hat halt so eine so ein navy green navy blue an also so einen blauen piloten overall hat und der läuft dann los und geht zum nächsten feind hin hebt sich auf bückt sich und hebt dann eine waffe auf dann hat auf einmal dieses sprite eine waffe in der hand und so weiter das sind so kleine ganz kleine sachen die einen wirklich rein ziehen in die immersion und die finde ich richtig gut wenn die soldaten durchs wasser gehen dann hinterlassen die so und so naja so eine kleine bugwelle die die im wasser das sind halt nur so ganz ein paar weiß ich nicht sechs polygone irgendwie die da diese bugwelle machen aber ist trotzdem sehr sehr stark für die immersion finde ich unglaublich gut und so kommt dann doch obwohl es nicht der dichte dschungel ist eine gewisse dschungel atmosphäre rüber erstaunlicherweise ich muss kurz gucken ob ich was vergessen habe ich glaube nicht was ich auch noch cool fand war dass die karte bei dem missions briefing spielanimation war oder grafik engine also es war nicht ein 2d bild sondern es war tatsächlich die spielgrafik und das fand ich auch was besonderes ich konnte mich nicht daran erinnern und kann mich nicht erinnern dass vorher schon mal irgendwo gesehen zu haben doch das machen aber da gibt es wahrscheinlich das machen andere auch ja machen andere auch auch 92 also für mich war das novum und das fand ich auch ganz cool ja das ist finde ich auch das ist cool so kann man dann die häuser weil die sehen auf der karte halt genauso so aus wie dann später in dem spielteil wo man selber spielen kann auch so kann man die ziele dann auch einfach identifizieren ja genau und die payments sind da wo sie auch in der übersicht ganz genau weil es ist halt die gleiche karte die man gleich durchlaufen wird nur von oben ganz genau so ist es ja so ist es ja der sound für 1993 muss ich sagen ist mit vielen so digitalen schnipseln gespickt die wirklich der immersion beitragen es ist dann halt wirklich so grillen zirpen man hört moskitos man hört vögel vor allen dingen auch das rufen der feinde didi und sowas dann weiß man aha okay da flüchtet gerade einer und geht wieder in deckung nach der zeit kriegt man das richtig raus was die wirklich sagen dann auch das sagt einem das spiel nicht das steht auch nicht im handbuch dazu dann die explosionen die waffen klingen halt nicht so hollywood produziert sie haben alle gewissen eine gewisse charakteristik wobei ich das gefühl habe dass sie sich untereinander dann auch vermischen also dass sie mehrfach verwendete sounds haben für unterschiedliche waffen da habe ich dann aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so drauf geachtet explosionen sind ganz gut das einzige was so ein bisschen nervig ist es gibt so ein spieler oder verbündeter wurde getroffen sound das ist ein pocken und der gleiche sound wird abgespielt wenn man als spieler irgendwie vor ein hindernis läuft und die da man ja dem spieler nicht sah oder die spielfigur nicht läuft solange man die gedrückt hast gedrückt hat sondern sozusagen man einen gang einlegt einen geschwindigkeitsgang läuft man halt immer wieder vor ein haus das heißt wenn man nicht aufpasst dann läuft man halt die ganze zeit vor ein haus und das klingt als wenn man die ganze zeit getroffen würde das ist ja hat schon das eine oder andere mal für panik gesorgt bei mir dass man beschossen wird aber im endeffekt ja kann man darüber hinweg sehen und kann sich da auch ganz gut dran gewöhnen also ja und was mich damals beeindruckt hat das war wenn man am anfang das jahr auswählt in dem man spielen möchte dann gibt es so diese cadences ich habe vergessen wie das deutsche wort heißt und ich habe vergessen vorher zu googeln weißt du was ich meine diese gesänge diese lauf gesänge ah ja 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 genau die man aus den filmen kennt genau aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr i wanna be a drill instructor genau genau ich weiß jetzt aber nicht mehr wie das in deutschheit auf jeden fall das gibt es auch und das war auch damals schon sehr immersiv das fand ich auch ziemlich cool gibt es das in deutschland auch also bei der bundeswehr meine ich keine ahnung glaubt nicht heute wahrscheinlich nicht mehr das weiß ich okay ja musik die musik ist von wieder von john singer der für einige spiele verantwortlich war und die passt auch ganz gut ist manchmal hört man so inspirierte stücke von painted black vielleicht raus oder vielleicht auch anderen stücken aus der zeit das passt schon ziemlich gut es gibt aber glaube ich nur zwei oder drei stück also viel musik gibt es im spiel nicht immer nur an ausgewählten stellen zb im intro oder bei den extractions und so weiter in der 3d wenn man selber in dem einsatz ist gibt es keine musik und das auch gut so macht auch sinn dass da keine musik ist sondern dann tatsächlich ja und effekte ich muss gestehen dass mir die titelmusik nicht gefallen hat mir auch nicht sie war nicht eingängig es war keine melodie wo ich dann jetzt sofort an das spiel denken würde wenn ich das paar jahre später höre das war irgendwie nichts es war so unharmonisch so ja ja absolut richtig ich weiß auch nicht was mit der titelmusik war ich kann mich nur daran erinnern als ich das spiel jetzt hier für die dos box installiert habe dass ich erst dachte dass irgendwas mit meinen sound treibern nicht stimmt also du hast wirklich recht es klingt sehr unharmonisch das war irgendwie ich weiß nicht die titelmelodie ist nicht so die ist nicht so gelungen steuerung das konntest du ja jetzt nicht sehen also der große manko bei dem steuerungspunkt ist ich glaube in der us box ist so eine keycard mit bei gewesen also so eine karte wo alle tastaturkommandos aufgeschlüsselt darauf abgedruckt werden das gibt es aus gründen die ich nicht verstehe in der eu box nicht das heißt die richtigen tasten die man für einen befehl den man ausführen möchte drücken muss stehen im handbuch im fließtext mit drin es gibt keine übersicht im handbuch ich glaube in dem us handbuch gibt es eine ich habe zumindest bei youtube jemanden gesehen der hinten sein handbuch aufgeschlagen hat und da war das drin in meinem handbuch ist das nicht drin ich habe auch bei mehreren ebay auktionen geguckt ich habe nie eine keycard gefunden und ich weiß dass es damals in meiner box auch keine drin war weil wir uns damals die befehle aufgeschrieben haben und das habe ich jetzt wieder gemacht ich habe eine textdatei angelegt wo alle wichtigen befehle drin sind ich weiß aber nicht ob das alle befehle sind weil einige befehle habe ich so während des spielens rausgefunden die stehen aber nicht im handbuch drin und das ist ein ganz großes manko sehr ungewöhnlich auch weil zu der zeit haben ja viele hersteller solche schablone noch beigefügt bei simulationen die man dann über seine tastatur legen konnte aus pappe oder etwas dickeres papier kein richtig das nicht gemacht vor allem die box war ja groß genug also wenn es diese kleinen elektronik arts boxen sind wo es da vielleicht oder sowas drin ist da würde ich vielleicht noch verstehen da müsstest du erzählen da das ist eine karte die so groß ist wie eine postkarte okay okay also ich denke schon etwas was man so ausfaltet und über die tastatur okay aber das wäre natürlich klasse gewesen aber mir hätte so eine einfache karte so ein weiß ich nicht die nach fünf die nach sechs zettel gereicht wo drauf gedruckt steht was sich machen muss wo zu drucken von daher ich weiß bis heute nicht ob ich alle tasten gefunden habe und alle befehle gefunden habe die man benutzen kann aber das wichtigste habe ich gefunden und wer danach spielen will und interesse daran hat die gibt es bei uns im discord gibt es einen kanal wo so extras zu den folgen mit drin sind und da schiebe ich auch dann das textdokument dann rein also ja da müsst ihr euch nicht durchquälen das habe ich für euch erledigt und ich werde mir das textdokument ausdrucken und mit in die box legen also das passiert mir nicht noch mal dass ich den miss raussuchen muss ansonsten ist die steuerung so ein bisschen ungewöhnlich ich habe am anfang natürlich nach wer ist de gegriffen um meine figur zu steuern das passiert mir bei allen das box spielen also keine sorge das ist ein ich problem nicht ein steuerungsproblem nach einiger eingewöhnung zeit geht das aber recht gut von der hand die tasten sind so ein bisschen über die tastatur verstreut das hätte man vielleicht alles ein bisschen harmonisieren können vielleicht hat man es auch keine ahnung vielleicht gibt es auch doppelt belegte tasten ich weiß es nicht man kommt damit aber klar diese maussteuerung habe ich relativ zügig weggelegt weil sie halt zwar schnell ist aber dafür unpräzise wenn man mit der tastatur steuert dann springt das spiel aber in wie soll ich das erklären also es fühlt sich vielleicht an wie ruckeln weil das weil die sicht sich nicht flüssig nach rechts dreht sondern halt immer naja du kennst das ja von dungeon crawler wenn man da rechts drückt dann dreht sich die sicht immer um 90 grad und hier sind es vielleicht wenn man rechts drückt dreht es sich 10 grad hält man shift gedrückt und drückt nach rechts dreht es sich vielleicht um 20 grad die sicht aber das passiert nicht langsam sondern per fingerschnipp zack dreht man sich um ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm mich hat das gar nicht gestört aber jemand der halt ja jemand der es flüssig erwartet hätte diese drehung für den ruckelt das vielleicht ein bisschen also ich kann mich daran erinnern dass der eine freund das damals auch meinte dass das spiel ruckelt und wir eine diskussion hatten ob das jetzt ruckeln ist oder nicht ich weiß es nicht das ganze kann man auch mit joysticks steuern ich weiß dass ich es damals einmal ausprobiert habe und das eine katastrophe war und ich deswegen halt auch nie mehr gemacht habe ansonsten kann ich nur sagen es gibt ja unterschiedliche granaten die wählt man zum beispiel mit alt n aus mit n wähle ich werfe ich dann die granaten okay daran kann ich mich noch gewöhnen aber zum beispiel die tools und werkzeuge die ich mit habe die muss ich mit eckige klammer auf auswählen und mit eckige klammer zu benutzen auf der amerikanischen tastatur geht das vielleicht einfacher aber auf der deutschen muss ich halt so so ein klammer auf den griff machen alt gr und dann neuen drücken um das tool zu benutzen ich weiß nicht warum man das nicht halt irgendwie ein bisschen komfortabler vielleicht auf die page up page down tasten gelegt hat oder so ich habe keine ahnung also richtig clever erscheint mir das nicht vielleicht rührt das noch irgendwie von den lhx wurzeln her ich weiß es nicht ist ein bisschen umständlich aber nach der zeit gewöhnt man sich da dran okay ja der spielumfang ich glaube wir hatten da schon relativ viel drüber gesprochen also es gibt diese vier touren du hast gesagt 80 missionen wobei da bin ich mir jetzt auch nicht 100 prozentig sicher ob das passt weil gezählt und so weiter habe ich sie nicht also weiß ich nicht ich würde einfach sagen ich habe jetzt 50 prozent vielleicht fertig und habe bestimmt 20 stunden 25 stunden investiert was aber auch daran liegt dass ich viel mit diesem back rum gespielt habe und so weiter ich glaube das hätte man locker wenn man nicht so ein rumgefrickelt hat wie ich vielleicht in 10 15 stunden spielen können und dann würde ich das sagen das ganze spiel kann man vielleicht in 30 stunden wenn man sich viel zeit nimmt für alles beenden am ende wird ja alles ein bisschen repetitiv da hat man die missionen alle schon mal gemacht und so weiter das heißt wenn man da man so ein bisschen pause macht dann ist das glaube ich ganz zuträglich dem spiel gegenüber damit nicht diese wiederholungs langeweile aufkommt aber wie gesagt für mich ist halt diese ja zwischen story briefings die briefings geschichte das was mich dadurch zieht plus die historischen missionen die neugier auf mehr machen vielleicht noch der ein oder andere orden oder die ein oder andere beförderung aber ja die sind auch nicht so realistisch da also dass die die medaillen und so weiter das war nicht so das richtige für mich ja über immersion habe ich schon viel gesprochen also wie gesagt das setting fand ich am anfang langweilig vietnam kriege und so weiter aber später durch diese ganze sound und grafik untermalung kommt halt doch die atmosphäre des dschungels sehr gut rüber dann diese besondere perspektive dass es ja first person war was man ja vorher vielleicht so aus wolfenstein und so weiter konnte aber man hatte so viele freiheiten hier man konnte raketenwerfer benutzen um die hütte zu zerstören oder man konnte die luftunterstützung nutzen um das missionsziel die hütte zu zerstören oder man konnte granaten werfen um die um die hütte zu zerstören oder man konnte sein team aufteilen mit dem einen team dem anderen deckung gehen während das team dann den sprengsatz legt man konnte selbst den sprengsatz legen also es gibt so viele möglichkeiten für damalige verhältnisse in einer simulation dieses objective zu lösen dass ich das schon sehr immersiv fand und auch immer so ein bisschen spannender fand wie andere simulationen in dem bereich dazu dann wie gesagt schon diese kleinen liebevollen details wie die vögel und schmetterlinge dass die feinde rufen dann diese bull sessions die einen manchmal so mit dem augenzwinkern so ein bisschen in die atmosphäre und die zeit reinbringen dann die debriefings die einen auch wirklich direkt ansprechen ich kann mich daran erinnern nachdem ich die tour verlängert hatte das erste mal dass der oci dann sowas gesagt hat wie ja freut mich dass ihr wieder zurückkommt ich erkläre euch jetzt noch mal was wir hier machen die einen kennen das ja schon für all diejenigen die jetzt neu hier sind und das fand ich halt wirklich sehr cool dass dass das ex dass es extra ein briefing dafür gab für die möglichkeit dass der spieler halt an dieser stelle seine tour fortsetzt dass es da wirklich so eine so eine auswahl gab im spiel das fand ich ziemlich cool und natürlich das ist auch finde ich nicht so häufig dass es halt wirklich zivile und verbündete einheiten gibt und man halt nicht alles einfach ummähen kann in den meisten fällen schon aber man muss immer noch so ein bisschen bei gewissen missionstypen darauf achten was fein und was freund ist ja verbesserungsvorschläge ich glaube das hatten wir auch schon also den größten verbesserungsvorschlag den ich habe ist halt diesen bug mit dem support einheiten zu fixen das muss ja irgendwie fixbar gewesen sein ich verstehe das ehrlich gesagt nicht wie da niemand drauf gekommen ist wie man sowas verschippen konnte also ja gut ansonsten ja dass man die karte nicht bewegen kann ist halt in der taktik oft nervig weil man dann erst zu einer gewissen position laufen muss damit man dort dann irgendwas machen kann auf der karte oder so ja befehle geben kann weiß ich nicht die ki hat hänger die bleibt oftmals irgendwie an so kleinen ecken von häusern oder irgendwas hängen und ja finde ich schade interessant hätte ich auch gefunden wenn man das gab es ja bei einigen simulationen dass man halt so null mode im koop modus oder so weil mit einem freund das zu spielen wäre sicherlich noch mal sehr sehr spannend gewesen und ich weiß nicht zum beispiel f15 oder sowas dogfight es gab ja viele simulationen in denen man dann zu zweit durch die welt fliehen konnte also das war damals gar nicht so unüblich das war machbar gewesen spaß gemacht also mir hat das gesamte spiel spaß gemacht klar es sind große es sind wirklich große bugs und man merkt dass es noch nicht ganz fertig ist man merkt auch dass es unter so einer gewissen art feature creep glaube ich gelitten hat dass man nach der zeit immer mehr implementieren wollte und das schnell festgestellt hat hoppla wie zum beispiel diese rollenspiel ähnlichen fertigkeitswerte das einfach zu viel da können wir jetzt gerade nicht das lassen wir wieder weg aber jetzt haben wir es im spiel rausnehmen würde auch wieder so viel zeit kosten ja lass es so wie es ist und das ist bei einigen an einigen stellen leider so gewesen aber für mich vielleicht auch gerade wegen der kindlichen sicht und erinnerung die ich da noch dran habe ich finde das immer noch toll also mit das ganze spiel wirklich immer wieder spaß gemacht und ich habe mich da gerne wieder rei ziehen lassen und natürlich insgesamt ist es spannend gewesen das ganze im kontext dieses vietnamblogs zu lesen in dem ich mich ja dann ausführlich auch mit der historie und den hintergrund informiert habe nicht so sehr mit den seals aber zum beispiel mit prairie fire oder sowas und das fand ich dann noch mal ein stückchen mehr atmosphäre weil man so ein bisschen immer im hinterkopf die ganzen erzählungen hatte das war auch ich habe dann im stream immer sehr viel darüber erzählt was ich aus den ganzen büchern gelernt habe und was es da gab und oftmals war dann im chat dass ich so klinge als wäre ich dabei gewesen aber das passiert halt nur weil ich so viel darüber gelesen habe und es sind halt sehr nette anekdoten immer dabei gewesen glaube ich also das hat mir schon sehr gut gefallen innovativ ja habe ich ja schon ein paar mal darüber gesprochen ja zum beispiel erster taktik shooter zerstörbare umgebung erster first person shooter mit charakterwerten und so weiter also ich glaube dass da schon relativ viele innovative ideen drin stecken die so ein bisschen dann sich selbst im weg gestanden haben und das spiel halt so ein bisschen unzugänglicher und eckiger gemacht haben vielleicht hätte man nicht ganz so viele immersionen reinpacken sollen und hätte dafür vielleicht besseres spiel gehabt für alle anderen für mich natürlich nicht weil ich würde es schon fast nicht anders haben wollen habt ihr ja gesehen so viele verbesserungsvorschläge hatte ich da dann nicht ja ja haben sich die erwartungen an das spiel bestätigt absolut sogar übertroffen ich hatte das spiel in meiner erinnerung auch als sehr eckig als sehr schwer und auch als irgendwie nicht greifbar was so die spielmechaniken angeht und mit dem richtigen hintergrundwissen als erwachsener mit den mit genug übungen ist es dann möglich diese ecken und kanten alle zu umgehen und dann habe ich doch ein noch mal schöneres spiel erfahren können wie es als kind erlebt habe weil ich halt ein bisschen besser mit dem ganzen mit der ganzen situation umgehen konnte also als kind verzweifelt man ja an solchen sachen und heute kann man dann einfach im internet mal nachgucken und sehen ob jemand anders noch das problem hat und so weiter dazu kam ja auch dass es technisch halt gar nicht so einfach war ins laufen zu bekommen und ich hatte ja mehrere dos box versionen ausprobieren müssen ich hatte unterschiedliche fehler in den dos box versionen und ich glaube ein ich bin mir jetzt nicht sicher aber ein teil meiner erinnerung und dieser eckigkeit hing vermutlich auch mit technischen problemen zusammen ja alexander jetzt habe ich wieder viel erzählt jetzt kannst du erst mal ein bisschen was zu den wunderbaren bewertungen in den magazinen sehen du hast da nämlich schon mal die pc player ausgesucht ihr die beste bewertung abgegeben hat für das spiel richtig ich habe die pc player die kam auf 36 denn das eigentlich prozent oder punkte von 100 aber ist egal ist das gleiche oder das ist das gleiche ja ich hatte mir extra den rausgesucht weil er von oder der test von einem meiner absolut lieblings redakteuren geschrieben ist von heinrich lehnert ich lese das einfach mal vor oder ja der wird das bestimmt gut gefunden haben ist bestimmt so was wie der wird das cool gefunden also pass auf vielseitigkeit kann man elektronik arts nicht absprechen das spritzige sportspiel nhl hockey ziehe ich mir immer noch mindestens zweimal die woche rein gut da ist er wirklich ein fan von das muss man wirklich ja als nächster titel soll ein anspruchsvolles schachprogramm mit weltmeister kasparow erscheinen um mitten zwischen zwei solch kultivierten software ereignissen bekommt man ein derbes kriegs opus visil team reingehauen da müssen ganze abteilungen im tiefschlaf gewesen sein als dieses machwerk die qualitätskontrollen passierte über die moralischen defizite des programms muss ich nicht lamentieren die sind offensichtlich das undifferenzierte nachspielen eines krieges der jüngeren vergangenheit mit gröbster schwarz-weiß malerei wird viele potenziellen käufer von vornherein abschrecken aber auch abgebrühte spieler werden von sie enttäuscht sein die langsame detailarme grafik kann dagegen andere 3d titel der letzten monate nicht bestehen anleitung bedienung überbieten sich gegenseitig an umständlichkeit beim zwischen hektik lahmen durchhängen und unübersichtigkeit pennenden spielablauf kommt die motivation ganz schön unter die räder ächsen spieler werden durch das undurchsichtige taktik gefummel abgeschreckt strategie freaks würden sich an stelle der grob 3d grafik lieber ein ausgereiftes system wünschen sieel team sollten wir ganz schnell wieder vergessen spielerisch überflüssig inhaltlich ärgerlich also ein sehr harsches urteil ich muss aber gestehen dass ich die 3d grafik gar nicht so schrecklich fand ich ja eigentlich ganz gut deshalb verstehe ich hier die kritik nicht und welche 3d grafik war denn besser ich glaube 3d grafik war damals halt alles ich meine in irgendwo schon mal gelesen zu haben ich weiß nicht wer das getestet hat ich glaube das war auch in irgendeinem blätterabend dass man es halt mit ultimo an der world 2 verglichen hat oder mit ja mit mit spielen die halt mehr detail hatten weil sie halt nicht so große weitsicht hatten die konnten sich halt leisten detaillierte texturen und sowas zu haben ist in dem sinne ein bisschen unfairer vergleich gewesen weil ich mich nicht daran erinnern kann wann es das nächste mal ein first person shooter gab der dann halt wirklich so eine große welt nennen eine oberwelt wirklich simuliert hat ich wüsste jetzt nicht wo ich da anfangen sollte das dauert halt ein bisschen und vorher war das glaube ich auch nicht also es ist ein bisschen unfair aber ich kann schon verstehen wenn man den dschungel erwartet ist es natürlich schon detail arm das stimmt ganz unfair ist der test von heinrich nicht also es ist es war ein bisschen scharf aber nicht ganz so unfair ich habe die powerplay 1193 offen und die sind auch sehr scharf aber die geben immerhin 71 prozent grafik 59 sound 75 ich lese den test gerne vor ziel team zeigt uns eine kombination aus ansprechender atmosphäre und miserabler technischer leistung also die atmosphäre ist das scheinbar auch aufgefallen die ist heinrich ja gar nicht aufgefallen zwar muss bei den programmierern zugute halten das ziel team zu den wenigen spielen mit einer funktionierenden 3d oberwelt gehört doch leider hat die virtuelle realität im mehr kong delta mit heimtückischen fehlern zu kämpfen in panik rasen boote über knallgrüne digi wiesen das stimmt nicht ganz also die boote fahren nicht über die wiesen aber es gibt diesen z-clipping fehler also in dem polygone halt aussehen als würden sie in die tiefe gehen und hier ist das so dass ich manchmal die grafik engine nicht sicher ist ist das jetzt grün das wasser oder muss das wasser blau und deswegen ist das boot noch immer auf dem wasser aber das spiel ist sich halt nicht sicher ob das wasser jetzt wiese ist oder wiese wasser also das sieht manchmal ein bisschen komisch aus sogar von der top down karte ist das irgendwie ein bisschen komisch ja das ist auf jeden fall sieht komisch aus verzehren sich grob auflösende seals in den perspektiven das hatte ich noch nie dass die soldaten sich irgendwie in der perspektive verzehrt haben und ab und zu machen sich soldaten auch auf der wasseroberfläche bequem ja also die soldaten gehen halt auch in den fluss das stimmt die flüsse sind halt dort alle nur kniehoch sozusagen das ist auch ein bisschen komisch dass das stimmt auch ja ein ganz besonderer gimmick ließen sich die programmierer mit der steuerung des helden teams einfallen kämpft ihr per tastatur ruckelt das mekong delta wie bei einem erdbeben der stärke 6,8 schiebt ihr die maus dann könnt ihr euch zwar schnell drehen doch bevor eure leute in gang setzen qualmt die kugel auch optisch erinnert zielteam an ein nidia pixeln eintopf erbsen eintopf eure teamkollegen schwabbeln in einsamen farben und sparsamen polygonen also die teamkollegen haben ja keine polygone im vergleich zur älteren spielproduktion dieses themas man denkt nur an die knallerorgie rambo oder platoon ist zielteam einer der besten umsetzungen des vietnam traumas dank realitätstreue unterstützung des udt zielmuseums beinhaltet das programm gewisse kritikpunkte die recht der recht kribbeligen kriegsthematik doch miese programmierleistung und stupider dschungelalltag lassen nur mein dreier gesicht in den kasten also das ist schon ein bisschen fairer glaube ich bewertet 71 prozent fände ich noch zu hoch also ich würde dem vielleicht eine 70 geben aber ich sehe das wirklich durch eine rosa rote brille also ich glaube mehr so eine 50er wäre irgendwie passend okay okay die nächsten zwei punkte sind wieder für mich wobei beim zweiten hast du vielleicht auch eine meinung spiel aus jugend und erwachsen sich das hat man ja gerade schon mal so ein bisschen also klar jetzt macht das ganze von der thematik und so viel mehr weil früher als kind ich weiß nicht wie das bei dir war aber in der schule haben wir über wird namen nicht gesprochen die militärische geschichte begann sozusagen für uns beim prager fenstersturz und endete im ersten weltkrieg was zweiter weltkrieg habt ihr nicht zu ende gemacht da wurde nur mal so drüber gesprochen echt auch gott bei uns war der zweite weltkrieg eigentlich der ja der schwerpunkt der der geschichte in der oberstufe ich glaube den zweiten weltkrieg haben wir so in zwei drei monaten durchgesprochen okay den ersten mehr aber auch nicht militärisch sondern immer nur politisch weil okay zugegeben der war ja auch politisch ein bisschen kunterbunter aber ja also hatte ich keine chance hintergrundinformationen über vietnam zu kriegen ich weiß nicht wäre das bei dir anders gewesen ja aber bedingt durch meinen vater der sich immer sehr für geschichte interessiert hat für militärgeschichte auch und der hatte so das ein oder andere buch auch zu hause zu dem thema gehabt frag mich nicht nach titeln irgendwelche amerikanische autoren dicke wälzer die er dann in der deutschen übersetzung dann gelesen hatte das müssen bücher so aus den 80ern sein da habe ich mal reingeschnuppert aber wenn ich sagen würde ich habe das komplett durchgelesen da würde ich lügen was ich aber mir mit großer großer begeisterung durchgelesen hatte war von peter scholl natur tot im reißfeld ein fantastisches buch peter scholl natur kennst du ja den deutschen journalisten der war in vietnam er war in kambodscha und wenn du das buch noch nicht kennst muss ich es dir wirklich wirklich empfehlen schau dir mal eine leseprobe an weil er schreibt wirklich die historische entwicklung was passiert ist und wie es soweit kommen konnte tot im reißfeld heißt das buch nee das kenne ich wirklich große empfehlung nehme ich mir mal auf die liste wobei ich jetzt auch gestehen muss nach einem halben dreiviertel jahr vietnam habe ich jetzt erstmal keine lust mehr was darüber zu lesen also vielleicht beim nächsten mal dann ja aber es ist gut lesbar peter scholl natur ist wirklich immer gut lesbar und da war der noch richtig gut also damit ist er berühmt geworden naja okay jedenfalls ich hatte da nichts das heißt die ganzen hintergrundwissen zu dem thema waren bei mir weg das machte aber nichts weil der rest alles neu war die perspektive des art des spielens die auswahl der waffen teammitglieder das war alles genau das was ich wollte heute heute nicht mehr so heute weiß ich die ganzen fehler und ecken kann die besser einschätzen als kind und jugendlicher ich weiß nicht wie das bei dir war aber meistens war es so wenn ein spiel ein bug hatte oder geruckelt hat dann war das kein bug sondern die programmierer wollten das so dass es absicht das gehört so zum spiel und erst später als erwachsener versteht man natürlich dass das alles verbuggt war aber als kind dachte man das gehört zum spiel und man ist nicht gut genug und als erwachsener kann man das alles ein bisschen differenzierter sehen so dass ich gestehen muss dass ich heute sogar noch ein bisschen mehr spaß hatte wie früher vielleicht nicht viel aber ein bisschen ja möchtest du das heute noch jemandem empfehlen ich glaube schon also es ist ja nicht uninteressant und auch die historisch akkuraten missionen auch wenn es nur ein teil der mission sind das ist vielleicht schon ganz interessant zu sehen ich hätte noch eine frage ich hatte vor kurzem gelesen dass in dem film forrest gump die stelle wo forrest gump in vietnam ist und angegriffen wird wo sie im dschungel sind dass das einer der überzeugendsten und echtesten szenen des gesamten film geschichte ist wenn es um vietnam krieg geht weil ich weiß nicht ob du die zähne im kopf hast die laufen ja durch den dschungel und quatschen und dann geht plötzlich die schießerei los keiner weiß woher die schüsse kommen alles in den panik jeder schießt in irgendeine richtung die eigenen leute sterben einfach weg hast du das gefühl gehabt bei dem spiel dass es auch so ist also du hast schon gesagt du hast nicht gesagt bekommen aus welcher richtung man beschossen wurde ist das vielleicht tatsächlich historisch akkurat gewesen dass die das so dargestellt haben und kommt dann auch diese panik hoch nein weil diese panik in der realität und auch in forrest gump wobei ich sagen muss dass natürlich die darstellung des vietnam kriegs aus platoon full mittel jacket und ford apokalypse danke apokalypse now das so ist das genau apokalypse now nicht ford apokalypse ja apokalypse now dass die natürlich das ist was ich aus den ganzen büchern so wiedergegeben habe und wo die meisten auch selbst in den die autor in den büchern auf die filme hinweisen also keiner davon hat aus forrest gump hingewiesen aber es stimmt in allem was ich gelesen habe war unter anderem auch das der fall dass man halt nicht wusste wo das ist das lag aber daran dass oftmals die patrouillen in hinterhalte in u-förmige hinterhalte gelockt wurden so dass das feuer von vorne von links und rechts gekommen ist und man dann sowieso nicht wusste wo man von wo der feind schießt vielleicht schießen ja auch eigene auf einen also dieses blue und blue war ja nicht sehr selten man hat den feind sowieso nicht gesehen der war irgendwie im dschungel versteckt man konnte sowieso nicht weit sehen es war vielleicht dunkel man es war kalt man hatte hunger man war verletzt alles tat einem weh die fingergelenke geschwollen man hatte jungle rot die füße sind weggefault und das ist im spiel überhaupt nicht insekten überall genau das ist im spiel überhaupt nicht man kann ja bis zum horizont im spiel gucken diese diesen überraschungseffekt hat man sehr sehr selten also es ist oftmals das feinde sich ja auch in dem gestrüpp verstecken was dort ist hinter bäumen verstecken und so weiter die legen sich hin die stehen die laufen hin und her und so weiter das schon aber dieses dass es mal mit auf einmal auf einen schlag losgeht und dass man dann so überrascht wird das gibt es nicht auch gibt es nicht ein freund hat mich darauf angesprochen noch mal ja von zielteam erwartet 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 man ja so covert operations dass man sich irgendwo anschleicht und so weiter und das würde im spiel auch nicht so sein ja zum teil hat er recht zum anderen teil ist es natürlich auch wieder der der grafik engine unter technischen sachen geschuldet man kann sich halt nicht anschleichen man kann halt bis zum horizont gucken in diesem spiel also ja es ist ja es hat es hat wie gesagt es hat alles seine macken es stellt teile des vietnam kriegs guter und andere teile komplett falsch da wenn man sich aber in vornherein dessen bewusst ist kann man trotzdem damit spaß haben würde ich sagen und wenn man das spiel heute noch spielen möchte kann man das irgendwo kaufen hast du da mal geguckt nein das ist ein ea titel den kann man nicht kaufen den kann man nicht kaufen den den haben die wahrscheinlich ist auch in den giftschrank gepackt oder ich weiß gar nicht vielleicht hat ea auch da irgendwie aber ich glaube die haben bestimmt irgendwie so eine excel tabelle wo die einfach alle copyrights und so weiter fall verlängern aber wahrscheinlich auf zielteam gibt es auch gar kein copyright das ich wüsste jetzt nicht dass man das copyrighten kann ich keine ahnung wie das ist mit solchen begriffen ansonsten wer sollte das spiel noch spielen wenn ich ehrlich bin vermutlich niemand also die bugs sind wirklich sehr zahlreich es ist auch wirklich schwer gebe ich zu die zu übersehen oder sich darum zu navigieren selbst wenn man irgendwie was was mit zielteam das hätte auch einfach keine ahnung erste infanterie oder so heißen können das hat mit zielteam selbst ehrlich gesagt relativ wenig zu tun ich glaube das hat man halt auch einfach nur genommen um da noch mal so ein bisschen marketing im titel zu haben selbst wenn man fan von taktik shootern ist so super viel taktik ist da dann auch nicht drin es ist zwar im vergleich zu anderen shootern sehr großer anteil aber wenn man sagt der die mischung aus simulation action und taktik dann ist taktik schon so 25 prozent oder so würde ich sagen also so viel taktik ist es dann auch nicht dass man sagen könnte ich habe bin hier damit beschäftigt das ganze zu taktieren und auszubaldowern so viel einfluss hat man dann auch nicht darauf und wenn ihr dann interesse an dem einen oder anderen punkt habt dann ist es wahrscheinlich einfacher sich ein replay anzuschauen weil so schnell ans laufen zu bekommen sind die ist das spiel jetzt auch nicht ich glaube ich musste das box x oder so nehmen bis es mal funktioniert hat also ich musste sehr lange rumprobieren und rumdoktern bis es dann funktioniert hat und fehlerfrei lief also ich würde es jederzeit wieder spielen könnte aber gut verstehen wenn andere sagen das ist kein richtig gutes spiel also das das kann ich verstehen das ist mir mein ganzes leben lang so passiert aber ich bin halt fan und bin begeistert von dem spiel so alexander wie gezielt ihm denn jetzt aus amerikanischer sicht mit dem konflikt um auf deine eingegangene ja scheinbar sehr schwarz-weiß oder wird hier verständnis für die armen vietnamesen erzeugt nein überhaupt nicht aber im gegensatz zu anderen spielen ist es zumal zumindest so dass sich feinde schon mal ergeben dass sich der spieler auch damit auseinandersetzen muss finde ich dass er virtuelle gegner getötet hat weil die leichen liegen bleiben die die spawnen nicht man muss da hingehen und die noch durchsuchen also ich finde ja es ist schwarz-weiß es ist die amerikaner sind die guten und die anderen die bösen es kommt auch in den briefings nicht anders rüber andererseits war das halt damals so also ich kann mir bei den zielteam niemand vorstellen wo jemand gesagt hätte ja das dorf sollten wir vielleicht nicht angreifen diese einheit von feinden da drin die haben wir schon zweimal angegriffen die haben schon so viele verluste erlebt das machen wir jetzt mal nicht wir greifen jetzt eine andere einheit an also so war es auch nicht richtig viele zivilisten gibt es auch nicht und bewusst negativen negativen effekt gibt es auch nicht wenn man welche auslöscht also da gebe ich dir auch wieder recht ja was auch nicht vorkommt ist dass ein soldat also einer aus seiner eigenen truppe durchdreht und vielleicht ein kriegsverbrechen begeht oder dass er dass er nicht mehr einsatzfähig ist nicht weil er nicht verletzt ist sondern weil er einfach psychologischen problem gerade hat oder ist dann vielleicht ein spieler auch gesperrt so dass du den beim nächsten einsatz nicht mitnehmen kannst außer wenn er tot ist das sind so ein bisschen verpasste chancen das hätte man ja machen können also mehr psychologie in das spiel hinein zu bringen um die soldaten glaubwürdiger machen zu können weil das sind ja keine maschinen das waren ja menschen und sehr viele von ihnen haben ja nach dem krieg ja die massiven psychischen probleme gehabt aber es hat ja schon im krieg angefangen man man ist ja nicht der der strahlende held kommt nach hause und ist dann plötzlich ein frack also ich schätze dass es das ist etwas was sich aufbaut und dann dann irgendwann rauskommt ja und das sind alles so sachen das verschweigt das spiel einfach ja das ist richtig das wenn ich hätte das auch ziemlich interessant gefunden auch ziemlich immersiv gefunden aber zum einen so halb gar wie manche andere mechaniken implementiert worden sind wäre das wahrscheinlich auch so halb gar gewesen und dann auch so mehr näher gewesen zum anderen sowas macht ja fast gar kein spiel die den psychischen aspekt von gewalt und brutalität zu beschreiben machen nur ganz 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 wenige spiele und das vielleicht auch erst neuere spiele genau ich wollte become human oder sowas ist ja ganz massiv richtig ich wollte gerade sagen und 1993 hat dann sowas sowieso gar keiner gedacht keine frage gehört zu einem konflikt dazu fände ich auch gut in einem konflikt zu zu sehen aber selbst filme gehen da seltener drauf ein also ich fände es gut aber es macht halt keiner und das spiel das dem vorzuwerfen wäre unfair es zu verlangen aber nicht ja ja damit wenn wir durch alexander ist ein relativ langes replay geworden ja wie das so üblich ist bei spielen die uns begeistern da wollen wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen weil schlechte spiele da gibt es halt auch außer spiel bashing zu betreiben gar nicht so viel und das machen wir in der regel nicht also aus gegebenen anlass noch mal das ist natürlich ein sehr subjektives gespräch gewesen und das ist auch der ganze sinn dieses abschluss gespräch ist es in ein raster zu pressen aber natürlich in unser subjektives raster zu brechen und deswegen ist es spiel so bewertet worden wie es bewertet worden ist eine richtige bewertung ja nicht beurteilung vielleicht könnte man sagen ich finde es immer noch spannend und gut ich würde es aber selber nicht als richtig gutes spiel bewerten das bin nur ich der son ein herz für seal team hat sozusagen vielleicht sollte ich mir da ein sticker von machen ja vielleicht ich danke dir alexander dass du meinen monolog so lange ausgehalten hast ich hoffe ihr sehr gerne ich hoffe ihr hattet trotzdem spaß daran ist zu hören und wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt könnt ihr das jeden dienstag beim blätter abend das wurde jetzt schon mehrfach erwähnt das können das könnt ihr einfach so bei twitch vorbeikommen pretty old pixel ab 8 uhr blättern wir durch eine computer manchmal auch multisystem zeitung aus den späten 80ern und frühen 90ern und am freitag mache ich einen spiele abend und da spiele ich ein spiel was wir vorher im replay schon hatten vielleicht auch mal wieder zielteam jetzt erstmal aber nicht habe ich sonst noch was vergessen alexander nein wunderbar alles vollständig gut dann wünsche ich euch eine schöne woche bleibt vernünftig und uns gewogen macht's gut tschüss tschüss